Hallo, nach diesem herausragenden Ende das letzte Mal. Ich wollte gerade singen. Ach, du sollst dann singen. Hey, good looking. What is it cooking? Oh, wir können sowas hier kaufen. Jo, Timmelschläger und ne Katze. Und zum Ball. Hier. Nimm dies. You're the bestest. Bestest. The bestest. So, was bringt das denn hier alles? Power Tokens multiply the affection earned from a match by... Ja, Power Tokens sind aber nur die Multiplikatoren. Penalty decreases to 10%. Das ist falsch. Affection for broken Heart Token match. The chance of generating a Power Token increase to 40%. Ja, ist auch ein Mist, ne? Sparen wir eigentlich einfach lieber. Jo. Was macht die denn? Entschuldigung. Auch Romans. Jo. Das war doch gut. Dann los, oder war? Jo. Gucken wir mal, ob wir die Katze knattern können, ne? Pfff. Wer es mag? Ich vermute dann alle da niemand. Ich würde es halt nicht machen. Ach, guck mal. Diesmal war der Park ganz ohne Bikini. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Gucken wir mal hier. So. Ich weiß nicht, dass du was liebst, da sie hier ist. Pimp, das hier ist. Pimp, das hier ist. Limp. Pimp? Pimp? Das ist ein Scheißtext, ne? Ja. Holy fuck ist das ein Scheißtext, ey. Wow. Aber der hat ein paar coole Songs. Ja, zum Beispiel das Lied mit dem besten Text Behind Blue Eyes. Ja, geklaut von The Who. Danke, darauf wollte ich nämlich hinaus. Das war auch... Deshalb war der Text da auch gut. Ja, das war das vierte Album, das war eh scheiße. Weil da ist ja... Das einzige wirklich gute Album war sowieso Chocolate Starfish and the Hot Dog Flare. Nein, Significant Other war besser. Ach, du wieder. Ja, mit Nuki und Rearrange. Nuki, Nuki dich doch selbst, ey. Did it all for the Nuki. Come on, the Nuki. Come on. And now you take the cookie. Shove it up your ear. Shove it up your ear. Ja, auch ein guter Text. Es wird nicht besser, Fred. Er wollte ja berühmter Film-Registerl werden. Ja, zum Glück nicht. Nee. Hat nicht so geklappt. So, was machen wir denn jetzt hier? Ja. Wir reden über eine mittelklassige Band der 90er Jahre. Mach das Grüne links weg. Und schon hast du drei Tränchen. Die hätten wir hier auch. Ding, dumm, bullet. Sind mir noch nicht genug Broken Hearts da, um das zu feuern. Das ist mir noch nicht genug. Und du brauchst ja auch dann 12, damit du gleich die alle auflösen kannst. The Hearts, ich hab... Ah, ja. The Hearts are not enough. Bam, 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 bam. Auch ein ziemlich beschissener James Bondfeld. Aber hallo. Den einzigen Pierce Brosnan, den ich mochte, war GoldenEye. Alle anderen waren scheiße. GoldenEye. Ach, die Tina. Und flupp die, du flupp die. Ja, die Tina, die kannst du aber auch vergessen. Richtig? Ja. Guckst du? Ja, die ist alt. Die ist über 70. Ja, das kann sie ja meinetwegen sein. Mach das, tausch das einfach. Genau. Dann kannst du es gleich hochziehen. Und dann haben wir unsere 12 Tränchen. Und noch ein Bimmelchen links. Mach das doch nicht. Das machst du doch eh gleich weg. Das ist ein Vögelorner Zug. Na denn. Jetzt kannst du die Hardbomb zünden. War noch ein Hardbomb dazu. Bomb that shit like Iraq. Oh. Puh. Ja. Well. Oh. Siehst du, habe ich nicht aufgepasst. Viererherzchen. Mister. Ich habe doch gesagt, ich hole die Drecksau wieder raus. Ach, wir sind schon Max Level. Okay, Passion, kann man also vergessen. Romance rechts. Noice. 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 So, machen wir jetzt das hier. Ja, kannst du es machen. Ne, warte mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Lohnt schon. Doch, doch. Ich kann es machen. Bimmelchen. 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 Ding, 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 ding. Wup, 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 wup. Get crazy in the his house. In the his house. Ach, Snoop Dogg war schön. Ey, ja. Oh, Romance oben. Ja. Aber erst das Bimmelchen machen. Oh, ja. Like this. Und da ist nochmal Romance oben. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Großartig. Klasse. Das ist auch richtig textig, ja, ne? Bei dieses Hip-Hop und alles. Ja, nee, das war ja noch was anderes, was ich gemacht habe. Das war ja dieses... Ja, aber so ging das auch irgendwie. Ja, das war auch irgendwie... Irgendwie war das auch so. Hm, das stimmt. Ein, zwei, ein, zwei, 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 drei, zwei. In der Züge. Jo, graziell ist so lau. Warum nicht, ne? Besser haben, als Frau, ne? Du bist auch überig. wird schon ganz schön bock in schwer gratis spielen möchte ich jetzt noch mal so gesagt haben das richtig kriegst du das auch noch meinen arsch geblasen ja das ist doch was ich in seite maxi arsch geblase mach mal das sexuality da was auch immer das noch entertainment da so in der mittel das ist egal ist ein vierer naja you are doing the math warte 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 ich hab halt überlegt ob man den dreier da rechts angehen kriegt aber es geht nicht der löst sich halt selbst ja rechts ist ein willmchen ja jetzt sind keine da aber warte doch einfach der einzug der dazu kommt das ist das machen zu machen er noch fakt ist da gerade passiert ist noch ein dreierer platz schon alles gut so ja jetzt kommen sie doch jetzt kannst du bitte die blumen ziehen beim vier züge siehst du es wird aber auch wieder eng ja doch ist ein power war richtig gut mensch hier voll einer abgegangen dass das und noch eine rommels genau dem gull ja gull dem gull ja das nur romes Es wird knapp, das wie es ist. Das machst du auch nicht kaputt. Ich würde gerne hier irgendwie vergrießt. Dann kannst du nicht. Nein? Nein? Du kannst nicht einfach eine andere Laie ziehen. Nein? Nein. Weil würde er sich da auch nicht auflösen. Mal hier? Ja. Ist nix, ne? Nee. Stick it on your head! Ja, zieh den. Mach den hoch. Haarüge Masni. Genau das. Mach die Sexuality. Aber das bringt nichts. Das magst du nicht, ne? Nee. Dann nimm das. Hauf auf dies. Letzter Zug. Und 30. Alter. Das ist eigentlich kein Problem, ne? Nee, aber nicht Sexuality. Und ich finde gerade nichts anderes. Ja, okay. Reicht. Boah, Alter. Close enough. Wow. Wir sind aber gut, du. Das war's the bestestest. The bestestest. Alter. Nice. Witzig aber ein bisschen noch. Findest du nicht? Ja. Ja. Red dann nochmal mit ihr. Ja. Ich dachte, sie sagt jetzt noch was. Nö, nö. Okay. Time for a kitty quiz. What's it mean, when a cat is called feral? Ja. Ne, das oberste würde ich sagen. Oh, ne. Richtig. Du denkst, ne? Wow. Is there anything I can do for you, Master? Master Wayne. Ha, ha, ha. 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 Das haben wir schon. In your bedroom. Okay. Five feet and two tiny inches. Tiny, tiny. Okay. Oh, god. I work for you. You're a kitty. Okay. I'm a kitty cat. Dance, dance, dance. In der dance, 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 dance. So. What do we do now? The following? Oh, god. 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 Vielen Dank.